Vorzella Jelma. Ich bin überzeugt davon, dass ich einige meiner Freunde noch daran erinnern an diesem Pass. Speziell der Micha. Hier haben wir uns mit dem Michel raufgekämpft. Das war damals noch wirklich Action pur, weil da war dieses steile Stück hier grobschottrig, richtig grobschottrig. Jetzt ist es betoniert, was ich ein bisschen schade finde, weil jetzt habe ich eine CCM. Jetzt ist ja nicht mehr so ein Kampf, aber trotz allem landschaftlich top und auch fahrerisch immer noch absolut in Ordnung hier. Zwischendurch sind immer wieder einige Stellen betoniert bzw. entschärft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ESDF für funk, 2017 2cerawür adapter Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020